Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, wo wir, äh, letztes Mal fast den Verherrer-Tot hatten, aber er uns dann einfach schnell gesagt hat, er klopft uns mal schnell um. Miss it! Ich hasse die vier, ne? Ich hasse die wirklich. Ich geb' mir mal Inventar. Da. 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 Jetzt klicke ich meinen Bogen-Ding. Dummer Arschvieh Ey Ballern immer noch die Dings runter hier Scheiß Waffe Na komm Alter Wie so verdammten Viecher Sind einfach nur Nervig Ich wusste was Ja damit Nein Oh nein Wo ist die Möwe Was ist diese scheiß Möwe jetzt Da oben Ich hasse die Viecher Oh Fuck Wo ist es Alle Viecher jetzt weg Ey Echt solche Mistviecher Wo ist es mal hin Hier Oh my Oh Woa 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 He Loot Noch eine Konsole Oh my Oh my Oh my Oh my Hier dritten Misch die Helle los Sergeant Ich sehs Kapral Der Eierkopf Und der Tresorgruppe Braucht unseren Schlüssel Um den Prototyp Rauszukriegen Ron an die Konsole Und hol ihn da raus noch ein zugangsschlüssel der nie beim prototyp war es gibt koordinaten für eine dritte in der nähe vielleicht finde ich sie ohne hier sind wir hergekommen oh nein so die dritte konsole nicht weit weg steht hier gespannt wo muss man denn hin da drüben das heißt wir müssen jetzt das ist mein kreislauf dann so wau ey Nemo Auf damit die Tür Euch begegne ich keinen Gegnern Die auch noch aufstemmen Komm schon Auf den Lachs Mal die Kiste noch looten Sprengpaste Letzte Truhe Ferro Evakuierung ist draußen Doch Gott sei Dank Der Prototyp mobile Deckung ist im Tresor Ich brauche alle drei Schlüssel auch deine Nichts da Ich bin ein VP und habe eine Fahrkarte nach Elysium Wenn du den Schlüssel willst hol ihn dir doch selbst Oh oh Dorn war ein echter Charmeur Das war typisch für Ferro Und dann drei Schlüssel Und Meine Koordinaten Ich dachte auch dann gehen wir zuerst und walten Okay Hallo, gehst du mal wieder hoch? Geht dich zu den Drohnen Koordinaten Na schauen wir mal Weit weg Wir müssen wieder durch den Jägerkiller durch Geht dich, ne? Verdammt Scheiße Ah Ah Alter, ich bin Hier noch ein Spruch Hab ich schon verdient gehabt Hab ich schon verdient die Kelle, wenn ich da genau in ihre Scheiße reinspringe Mach mal ehrlich Ah, jetzt aber zugehen Folgen tun sie mich nicht mehr Weil das sind Gräber, die können ich jetzt also Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Hat sie das Daff hier wieder mit So Früchte wieder Ganz wieses Gefühl da unten, ne? Bestimmt gleich ein Gegner oder sowas Mit Tantan kannst du? Ja, ja Ja, dann machen wir mal Oh Hoi Jo Jo Zuflatsansammlung, die nehmen wir mit Zwei Stück Will ich mal verkaufen du hast So Da sind ja hundertprozentig Maschinen, komm Ich wusste Der war anscheinend mal eine Anlage Den Ort hat's übel erwischt Der Tresor, der in den Aufzeichnungen erwähnt wurde Muss hier irgendwo sein Ich will einfach den Koordinaten folgen Es ist ein scheiß Krokodil Okay Oh mein Gott Ah Oh Oh, fuck. Eins. Zwei. Hammer. Dieses Wissi. Weiß, wie ich euch töte. Mit Elektrizität? Ihr Schweine. Schwachstelle hat Viecher rausgefunden. So. Ja, ich weiß. Wissen wir jetzt abgehen. Die Systeme sind überladen. Okay. Ah, fach die Kapsel. Dankeschön. Ciao. Das wäre erledigt. Ich muss nur noch zum Tresor. Boah. So. Langsam funktioniert es ja mit denen. Und die ganzen Kram hier noch mit. Ich dachte vielleicht, dass das Krokodil uns wieder zu schaffen macht. Aber seit wir die Blitzpfeile haben, läuft das eigentlich relativ gut. Was machen wir da hin? Gut. Gut, 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 gut. Gut, dass hier irgendwo gut ist. Ah, das ist eine Scheibe. Da kommen wir nicht durch. Okay. Nichts. Dann müssen wir jetzt hier weiter. Das muss der Tresor sein, der in den Daten erwähnt wurde. Jetzt kann ich ihn bestimmt öffnen. Eins. Zwei. Zwei. Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass es jemand schafft. Ich weiß nicht, was mich zuerst erwischt. Der Luftschlag oder der Horus. Meine Karriere galt dem Projekt mobile Tickung. Ich hätte es wirklich gerne jemandem gegeben, der es braucht. Du wirst es nie hören, Liliaba. Du hast mir es ja gesagt. Ich liebe dich. Das nächste traurige Ende. Zumindest habe ich jetzt den Prototyp. Wenn ich die Daten verwende, die Gendas gefunden hat, könnte ich sogar etwas damit anfangen. Er will wissen, was hier passiert ist. Können wir ja erzählen, ne? Schick mal ja hin. Gefällst. Wo ich das immer noch? Jetzt nicht mehr, ne? So. Schnellreise. So, da sitzt er. Du bist zurück. Du. Hast was gefunden, ja? Komm schon. Rück endlich raus damit. Es, ähm. Es ist schwer zu erklären. Bitte. Ich. Ich will. Einfach nur möglichst viel verstehen. Ich. Ich. Definitiv keine Tabletabdeckung. Die Alten trugen hier heftige Kämpfe gegen Maschinen aus. Manche flohen. Andere blieben jedoch, um das hier zu retten. Damit andere weiter kämpfen. Überlebten sie? Also. Scheiterten sie? Es ist jetzt in den Händen der bekanntesten Kriegerin des Sonnenreichs, oder? Und mit jedem Relikt, das wir finden, gedenken wir Ihres Erbes. Bei der Ausgrabung waren keine Maschinen, also ja, ich denke, das ist wahr. Ich brauche das Tablett und eine Werkbank. Ich muss das erst bearbeiten, bevor ich es benutzen kann. Aber natürlich, Retterin. Das ist das Mindeste. Möge die Sonne dich führen, wie auch du uns geführt hast. Das Ding sehe ich mir mal an. Ja, dann. Hallo. Danke. So, Quest-Objekt. Echter Stolperfall. Wie geht es dich zu dem? Was kommt hier? So, wir haben noch eine Nebenquest. Zweite Strophe. Ist da. Dann haben wir noch... Am Arsch. Hier finden wir laut Zoe Grimhörner, deren Teile sie zur Heilung von Rheinklangs Landgöttern braucht. Ich sag ihr, dass ich hier bin. Rufs Zoe. Hey, Zoe. Ich bin am Grimhorn-Ort. Kannst du kommen? Ich bin bald da. Aloy. Gut, dass wir das zusammen machen. Die Grimhörner, die wir brauchen, müssten im Norden sein. Holen wir uns die Kontrollkerne. Danke nochmal für deine Hilfe. Wenn das klappt. Wenn wir die Landgötter heilen können, wird mein Volk nicht länger leiden müssen. Wie wir... Das wohl Fane und der Chor aufnehmen? Sie denken doch, die Vernichtung des Stamms ist unvermeidbar. Wir hatten Unstimmigkeiten, doch... Ich hoffe, sie wären froh, wenn sie sich dabei geirrt hätten. Ja. Glauben, was der Chor dazu sagt. Da. Die Grimhörner. Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Das Problem ist... Das ist eine Menge Viechzeug jetzt. Soll ich die Grimhörner auch töten, oder wat? Ich werde sie verletzen. Ich werde sie wegnehmen. Ich werde sie wegnehmen. Und dann? Und dann? Circa Clique ist es nicht gegeben. Soll die Grimhörner haben. Und dann? wo sind das Jetzt dürfte ich gerade sterben, oder? Jetzt lass mich doch. Ich habe keine Hilfe. Das ist ein bisschen mehr da. Scheiße Wer wer hier denn? Ja Ich bin runtergekommen Gubi Gute den Hammer Es schwarze Oh mein Gott Grimhörner. War langsam ein Vorteil, wenn du mal mithalten würdest. Die soll ich aufhören jetzt? Ach, die braucht sie. Die braucht nicht, ey. Die soll ich nicht lönigen. Mein Gott. Arsch mich doch nicht. Oh nein, da ist die Mutter. Oh nein, da ist die Mutter. Fuck. Die Boxe. Uiuiuiuiui. Alles, was ich bräuchte? Mein Gott, jetzt gebt mir eure Waffe, dann kann ich euch lünchen. Ich ging gleich tot. Kann mir gar nicht helfen. Weil das Viech hier durchballert die ganze Zeit schon. Ach... Dannit soll es mal her Leuten bleiben. Klingt gut. So hat man rhythmisch. »,- So. Och, die Scheiße. Ich weiß, dass sie die Waffe verloren hat. Das ist mein Plan, dass sie die Waffe verliert. Eins haben eins. Okay. Gut, Mama. Grimhorn-Kontrollkern. Also, ein Grimhorn haben wir noch. Das ist da oben. 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 Ich habe mich selber gerade gesprengt, fast. Oh ne Lasst das Ey Nee Verarschen, das Ding ist da hinten im Busch Mach's da gut Mein Gott, töte es Ja, hier Halt, bestehen Hallo Hallo Ich will dir die Sachen geben Hallo Ich hab einen Bug Kann ich mit dir reden Gut, dann machen wir in der nächsten Folge Weil vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal